b so er hat sich hatte ich auch schon fünfmal muss man darauf an der einstieg auch mal irgendwo hinkommen und wenn er nicht so wird da um besten raufhalten weil das ist auch wenn sich das Ding bewegen aber kann doch nicht um dich gucken und dann dass es nur rechts in der Ecke ist oder so ich muss mich direkt auf glotzen mein ich so ich hab schon zwei fisch ich bin stolz ist es war untergegangen ich krieg noch kevin ich hab hier leben für dich gleich zweimal ich hab auch schon genug leben gesehen aber das machst du erst in deiner aufnahmen mit der spitze das ist der klassiker wie schon erwähnt ich sehe doch meine aufnahmen ist gleich vorbei also die fische wollen nicht so richtig heute man es geht immer nach ordentlich ich zieh mir zu früh raus Tore ich glaub wir ziehen zu früh raus ne der geht unter und ziehst sofort raus ich glaub ich bin damit nicht sofort mit dem Moment warten glaube ich ne der unter geht dann das Team scheiß auf Angeln na verdammt oh die Angel braucht auch schon schön ein bisschen ach nee weil jetzt ich muss jetzt für Schafe muss ich eine Karotte ey für Schweine muss ich eine Karotte haben um die anzulocken ne ja oh Gott ich hab nicht mal eine Karotte wenn ich jetzt für Schafe äh Schweine finde weiß ich gar nicht wie ich die mitnehmen soll will killen ja er muss erst mal Zombies killen und dann dass die fast Hühner haben ich hab nicht mal Hühner Hühner hab ich ein paar ich glaub mittlerweile bin ich bei zwölf man da beißt mal an ich zieh mir zu spät raus bei mir auch bei mir ist eine gerade Wand boah boah ah da kommt gleich was ich denke mal nicht was ein bisschen Kohle dran ich such hier grad ein paar Viecher Alter was ist hier denn hier ist voller Texturfehler ey ja ich lerne es aber auch in meiner Singleplaywelt Leder oh hier ist ein Kühe Tore Leder du hast Kühl? lock die Kühe mit Weizen an mach ich mach ich auch aber ich hab keinen Bock mehr wagen ah ich muss erst mal mal Schafe tue die ganze Schafe mit Tore Leder ja nein lass die Kühe erstmal anlocken nein ich hab Leder angelt meine ich oh schön ich hab jetzt schon zwei kann ich mal kurz äh ein Gehege bauen ich hab mein Holz aber warte mal Gehege mein Gott Gehege muss doch nicht aus Holz bauen kannst du auch irgendwas anderes für nutzen ja keine Ahnung ich hab was bauen ja warte ich frag mal kurz ein bisschen Erde ab und Stabel lassen und lass die dann gleich da rein laufen von Tore wo bist du denn Tore? bisschen weiter gelaufen so hier drei Kühe kommen wir mit hier warte ich baue das Gehege ähm bei Kevins Treppe davor erstmal ok? was? ich baue doch gerade ja ist mir ein Latz ich baue ja dann erstmal die Hege hin wir erstmal alle aber erstmal die Viecher nicht töten erstmal erstmal füttern ja Tori ich baue nicht kaputt machen hier mein Terra hallo nicht mal nicht mal nicht mal nicht mal nicht mal nicht mal grad kaputt machen hier da kommt jetzt erstmal das provisorische Gehege ja dann baust da hinten ich baue ich im Probi du füttern auf dein Haus ja dann baue ich mir selber immer ein Gehege auf mein Gott ey das Gehege ist für die Kühe die du gleich anlockst damit die erstmal provisorisch da sind aber ok mein Gott ey weißt du was um den Lecken ey das ist schwer die mitzuziehen ach bei dir lecken das auch ab und zu wo wüssten du eigentlich Tore ja ich komme die Viecher das ist von meinem Haus ein einfach nur das Prinzip weil Kevin das ja nicht haben will ach ich aber nicht und ich springe jetzt nicht die Kühe kommt hier hoch geht doch es wird dunkel dem Eier muss mir Gleitschuss geben eigentlich ja wahrscheinlich wo willst du denn ah die sind ganz viele Kühe ich nehme jetzt drei Stück mit ja das reicht du hast mindestens zwei er muss so schnell ein Gehege und damit Kerzen ausleuchten ne Gehege hat eigentlich schon mal gebaut ne ich bin grad dabei ja gut ich muss Kohlenaten geben Alex ja das kann ich machen äh x 156 weiß nicht wie lange ich gelaufen bin Tore x 156 ja dann lauf ich richtig und äh z 182 ja ich lauf richtig na komm mit scheiß Viecher boah es kommen wieder irgendwelche Piss Schafe hier komm mit Kuh Alter einige manche Kühe lassen immer ab jetzt mal ein Schmach in die Fresse ja das ist immer so brauchst du dich gar nicht wundern jetzt war das Fake gepuncht oder? na komm jetzt wollen sie nicht wo bist du eigentlich? minus 36,20 die Kühe wollen nicht die stehen nur rum minus 36,20 oh man da sind so viel Creeper ich weiß nicht wie ich da vorbeikommen soll mit den Viecher ja ich weiß nicht wo du bist ja ich weiß nicht wo du bist wo warst du nochmal? minus 36,20 lol ist das ne Hexe? wow ist das ne Hexe? wo? oh god ne Hexenhaus wo bist du Alex? ne einfach nur ne Hexe Alex wo? ja siehst du ne auf ja hier vor meiner da wurde jetzt gekillt hat es mir zwei Zucker gegeben aha oh da ist kaum gerade nen Creeper zwei Creeper damit kümmer ich mich PAM was? ach da drei drei ach so was PAM wir folgen mir nicht mehr Hammer PAM schön Kerbe es ist egal ich bin von dem Rehnung ja guck mal ich hab ein Gege wirklich? hab ich schon fuck jetzt kommt ne Spinne ja ich brauch Geleitschutz ja scheiße wo warst du? ja ich krieg ich spinne drauf hier an verdammt sag noch mal warte was war noch mal die Troordinaten circa immer noch alter kannst du nicht mal zwei Zahlen merken? ne minus 26,56 minus 26,56 ok dann ist das die falsche Richtung alter wo bist du hingegangen alter wo bist du hingegangen alter wo bist du hingegangen mal schwer zücken mussten jetzt hatten wir den Creeper gesehen oh man ey weg hier ja der Creeper hab ich gesehen jetzt hatten wir den Creeper kaputt machen bist du da auch durch die Eiswelt gegangen? weiß ich nicht ich glaub nicht vorbei eigentlich weg den Creeper er hat doch vorbei das könnte die fuck aber sie flieh auch mal so weit weg sein müssen NEIN hier laufen so viel Creeper und Spinnen rum ok da wird erstmal die Diamantssachen ausgepackt PAM PAM ah wieder ein Zombie Karotte vorrückt ich hab ne Karotte ja nice war aufbewahren ja nicht ich ich oh torrück jetzt hab ich ja nicht gegessen wo noch ein Creeper oh Gott NEIN minus 26 und was war das andere nochmal? ui das andere konnte ich mir nicht merken alter jetzt hab ich auch ey Kevin komm du jetzt ich hab Bock drauf auf die 5 mal die Minus 26 und 56 ja guck mal ach 56 ok und ich hab und 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 ich hab nicht mehr irgendwas mit der Story zu tun und weiß das welche Story Alter wo ziehen die so ein bisschen jetzt schon ein? einer kommt von da hinten angelaufen schon kenn ich alter ist ja bei so am lecken ja fernlass ne jetzt ja torr ich glaub weil du halt neue Dinger gehörst ich bin bleiben Tore 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 das ganz normal wenn du eine neue Chance generierst dann lecker noch ein Single Player ey eigentlich geh ich grad zurück ach zu der Wand da ach da bist du Tore ich spinn hinter dir ja boah alter ich hab voll viel Schaden krieg noch ein Creeper alter bin hinter dir der mach den Creeper da weg ich komme ich hab's ja nicht auf die Tür schlagen nice zombie ja okay scharf kannst du auch kaputt machen dieser ey die Kuh läuft weg ja deswegen komm her Kuh ist sie auf mich bezogen das scheiße erstmal hin hin wo muss ich jetzt langlaufen hier ne äh ja zu meinen Gehege warte ich fühl dich hin und äh ja du musst mir nur die Viecher vom Land halten da vorne ist eine Spinde zum Beispiel so da haben wir schon den ersten TNT Block zusammen ohne Kuh wir haben keinen Bock mehr zu folgen komm jetzt Alter die sind so doof jetzt werden sie wir die Kühe sind ganz ehrlich die sind doof Alter bleiben wieder zwei Kühe stehen da ist seit wann keine Kuh oh halt leider die Kuh guckt doch so dämlich jetzt komm die eine Kuh fällt nicht das ist immer auch voll buggy ist die ganzen Kühe ja jetzt wollen sie wieder zu dritt tauschen immer so Tore LOLL Alter war es knapp Alter war es knapp ah es ist mir ist noch weh irgendwo Jojoin der ist eben hinter mir gelaufen Herr Creeper mein Schwert ist kaputt oh da kommt die Viecher die wollen wir ja nicht ja die weil die jetzt auch noch so ein bisschen auf mich bezogen sind jetzt aber was soll ich machen ich muss ja ja mit Leitschutz gehen ja oder die Leitschutz je nachdem oh hier ist ja auch eine Kuh hier ist noch eine Kuh für die dreimal hier hin und dann hast du hier noch eine vierte oh noch ein hier sind noch zwei das ist schön noch drei die sind viel näher gewesen wieso hab ich die nicht voll gefunden weiß ich nicht jetzt hab ich auch Schafe die sind drei Kühe versuch davon auch noch ein paar mitzunehmen oder so versuch erstmal die drei dann hol ich mir später jetzt hab ich vier fünf ich küll mal kurz die Schafe ja mach mal die Schafe dazwischen ja Tore schlafen pfff die wollen wir nicht mehr folgen alle kriegen gehen ja warte ich mach schon mal die Schafe hier vor und dass die nicht wieder hinterher kommen ja komm scheiß Viecher eine hab ich aber das war meine erste Hexe die ich gesehen hab hast du gut gemacht du brauchst mindestens zwei Tore ja zwei Zucker bekommen scheiße Schaf die wollen wir nicht Schafkorn ja du Pinsenskelett den kann ich da nicht so gut ran ja das meine ich ja ist ja kein Problem na komm Viecher ist es noch so weit hm ja ist noch ein bisschen bis zumindest bis zu meinem Profesorschen Gehege Tore geh mal weiter nach links du bist ja gleich im Sumpf das ist ein bisschen suboptimal und da vorne ist eine Schlucht vor dir ja auch ein bisschen suboptimal scheiße hier okay warte du musst hier rüber gehen Tore Tore du musst hier rüber gehen und dann hier noch weiter gehen ja du musst hier über ich hab auch nur zwei wir retten Zombie scheiße warte mal du musst du musst hier runter gehen hier hinten musst du runter gehen Tore sonst kommst du da nicht runter das ist zu tief komm schmit scheiße hier komm kommst du hier runter äh nerf ich hasse Viecher holen ey wie möchte ich dir um Keks Zombie Zombie hinter dir und deswegen das mach ich auch nicht alles klar noch ein Zombie oh Gott noch ein Zombie ist ja kein Problem weil hier fehlt die scheiße Schlucht du musst hier oben rüber LOL Zombie noch eine Hexe Alex hinter dir so glaube ich jedenfalls ja wir sind angeblich ein Sumpfgebiet frag mich nicht wie ne ne war doch ein Zombie da hast ne حte die beschweiße mit Tränken ja Zombie alles muss immer Holz fahren oh anders wieviel Schaden macht deren pisstrank denn ist Vergiftung ja oh zombie also ihr ihr trank habt mir 8 Herzen abgezogen ne ja Vergiftung scheiße wo sind die Schafe die Türen ja die Türen rein und rennen wieder weg komm her hier nein fuck boah ich kehre mal kurz die Schafe leid mich heruntergefallen wenn ihr könnt in dem kurzes weizen aus der hand dass sie dir nicht folgen oh spinne das ist gut dann können wir noch eine andere machen na komm dann wie ein schwertes weg ich weiß uns zuletzt schießt mich ab egal wo ist der zombie ja toll ja ja ich bin ja noch rechtzeitig da mein freund jetzt muss ich erstmal um das gelett kümmern jaja das hat mich eben schon abge- oh zombie ah Tore ist für Tag bald ist die Gefahr vorbei ich krieg die Fieger nicht mehr aber ich komm bald schon in Schaden ja ich bin auf Stufe 17 bis Stufe 17 äh 20 im Endeffekt 4 so ich hab ja 2 so komm so go hier ja ich war ja ich war ja hinter dir Tore wenn es da noch geht endlich so ja ist gut er reicht ja ja warte erst mal wieder die scheiß scharfe Tür ich weiß überhaupt nicht wo ich gerade hin muss warte mal ich geh mal kurz voraus ist der Tag ja die Kühe bleiben ja stehen er darf mit dem Schwert nicht mehr vorbeilaufen ich glaube ich mach den Angst ja was soll ich denn machen soll ich mit einem Fackelfugel laufen ja hier sind noch mehr Kühe Tore noch mal 3 Höhle boah wieso hab ich die ja nicht gefunden die sind direkt daneben Tore die sind komm mal komm mal zu mir die sind direkt daneben ja ich hab bloß die Viecher mit neben mir ja warte hier sind 3 jetzt hab ich jetzt hab ich auch noch mal 3 jetzt hab ich auch wieder 3 ok dann haben wir gleich 6 ja dann krieg ich hier 2 ja ich komm jetzt über die Schlucht rüber Schlaumeier welche Schlucht wo bist du ja bau nen Weg rüber Alex ja du musst da rum gehen ich bin hier außen rum gegangen aber du bist abgehauen ja wo bist denn du jetzt ich hab vorher den Trafik Bug ah hier hüpfen 3 Kühe rum Alter dicke dicke Höhle ach da bist du Tore ja die 3 Kühe mal oh hier ist noch eine Kuh Tore ja die sollen mitkommen ja die kommen jetzt ja du hast mit dem scheiß Schwert immer die hauen die immer ab ja dann hab ich halt ein gebratenes Hühnchen ja jetzt kommen sie wieder da müssen wir jetzt hin ja da vorne ist mein Heide da wo die Fackeln stehen oh ja noch einmal durch Wasser und dann noch ein Stückchen weiter nach rechts das schaffst du auch alleine ich steh schon mal kurz dahin ich hab doch extra schon mal so ein 2er Eingang gemacht den ich gleich provisorisch wieder mit Erde zumachen werde dass wir von oben auf die Zuluf haben ne ja ah das Schaf egal da ist eine Schaf kann ja mit das können wir noch aussortieren das kann da mit rein oder das können wir aussortieren dann wird weg gemetzelt warte ich geh mal kurz in meine Bude ich muss da mal kurz äh Weizen erben wir kommen grad ne Meldung wir kriegen neue neue Updates zu meinen Wars Kaffee-Karte Hammer Kaffee-Karte Kaffee-Karte